Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den BOGO 3420 100 Paralink Hotrill plus den 71300 R-Card an. Version 1.0, kommt von Giants, direkt findet ihr einmal unter Mods und DLCs und dann hier BOGO 3420 100 oder ihr geht gleich unter Werkzeuge und Saat-Technik mit dazu. Ja, Giants hat heute am Montag, den 21.03. die Geräte oder einige Geräte aus dem BOGO-DLC, was im 19er rauskam, jetzt offiziell als Mod freigegeben und für XXL-Liebhaber ist das natürlich ein Träumchen schlechthin. Das BOGO-DLC war neben dem Klaas-DLC mein absolutes Lieblings-DLC im 19er, weil es hat einfach gigantische, ja, Anbaugeräte, Saatmaschinen, Direktsaat, gut, die Direkt-, äh, Quatsch, die Einzelkorn-Saatmaschine war jetzt nicht so groß, aber Gruppe und Co., also es hat halt alles XXL gebracht. Und diese Kombination hier, es gibt noch eine kleinere Variante, aber die große Kombination hier, die hat's in sich. Das Pack besteht aus zwei Teilen, einmal den BOGO 4320 100 Paralink Hotrill plus den 71300 R-Card. So, das eine ist die Saatmaschine, das andere ist der, das R-Card für Saatgut und für Mineraldünger. Ihr seht auch schon an den Preisen, das hat's in Bill in sich, 430.500 für die Saatmaschine plus 331.500 Euro für den R-Card. Beides wird allerdings benötigt, weil, äh, sonst könnt ihr damit nicht arbeiten, ne, also klar, der R-Card kann ohne die Saatmaschine nicht, und die Saatmaschine ohne den R-Card nicht, soweit, so klar. Schauen wir uns die Saatmaschine mal an, ihr könnt natürlich konfigurationstechnisch hier nichts einstellen. Wir haben 32 Tonnen Gewicht, ne, das ist schon mal eine Ansage, 600 PS empfohlene Leistung, eine Arbeitsbreite von unglaublichen 30,5 Metern bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 18 kmh. Das ist eine Wucht, wie gesagt, 430.500 in der Anschaffung, 21.955 im Leasing, einstellen könnt ihr nicht. Beim R-Card dann sowas ähnliches, wir haben 4.000, äh, 45.000, Entschuldigung, 4.000, na klar, 45.810 Liter Kapazität. Das ist nochmal unterteilt in Saatgut und Mineraldünger, schauen wir uns gleich an, alleine das Ding wiegt 21,8 Tonnen, 331.500 in der Anschaffung, 16.906 im Leasing, auch hier keine Konfig-Blöcke, also auch kein Kennzeichen oder ähnliches mit vorhanden. So sieht das Ganze dann aus, die Maschinen sind dementsprechend von der Skalierung halt her auch groß. Links die Saatmaschine und ihr seht schon, es ist halt, es ist halt geil, ne, Borgow, 3420, steht alles mit drauf, ist natürlich Giants-typisch, was die Texturqualität angeht, soweit jetzt auch auf LS22-Niveau, also da gibt es auch nichts zu bemängeln, beziehungsweise irgendwelchen Pixelbrei oder Matsch oder sonst was, das sieht alles wirklich toppy aus. Überall Kollision mit dran, wir haben hier hinten den Anschluss fürs R-Card, versteht sich, ne, und ihr seht hier Kolli, da Kolli, das Ganze im typischen Bokko rot-gelb gehalten, ne, also da alles soweit schniegen. Der R-Card ebenso, warte mal, ich drehe das Ding mal hier so voran, hat halt Zwillingsbereifung, könnt ihr in dem Fall auch nicht ändern, dann halt hier die Anschlüsse, um das Saatgut, schlechte Mineraldinger zu nehmen. Wir haben hier diese, ich nenne es mal das Laderuhr, ähm, das müsst ihr einmal ausklappen und dann halt an eure Silos und an Big Packs oder whatever, oder ihr fährt mit dem Trailer rückwärts ran und kippt's ab, also das ist im Endeffekt der Trigger, um das Ding zu beladen. Ihr könnt natürlich auch über die Taste R, alles kein Problem, ne, aber ja, das Ding hat auch hier volle Kollision, klassischer Hase, auch riesengroß, auch hier, was die Diegels und Co. angeht, alles absolut top, alles absolut clear, ähm, da gibt es keinerlei Probleme, ähm, mit dazu, Blinker, Bremslichter, da alles noch mit dran, ist halt alles mal ein auf XXXXXXL gemacht, aber darauf sind die Maschinen ja dementsprechend auch aus. Deswegen, texturtechnisch gesehen, Tobi, kann man nichts dagegen sagen. So, ich hab das Ding hier schon mal ready gemacht, ihr seht, ich hab jetzt hier einen Steiger 620 vorne mit dran, das Ding hat fast 700 PS, also 690 müsste das ungefähr haben, und die Leistung braucht ihr auch. Glaubt mir, ihr kommt ansonsten A, weder auf die Arbeitsgeschwindigkeit, auf die maximale, und B ist das Fahrthandling dann, also selbst mit 500 PS, das ist schon nicht mehr geil zu fahren, ne, ihr braucht hier wirklich Leistung, 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 Leistung. Ähm, bevor wir uns auf die Details gucken, erstmal hier, ihr seht, dynamische Kabelschläuche, alles mit dabei, auch wenn ich das Ganze hier hinten verbinde, ihr seht, das ist alles sauber, so wie es halt dementsprechend auch sein soll. Der R-Card, äh, selber seht ihr hier hinten, hat 25.550 Liter Saatgut, 20.260 Liter, äh, Mineraldünger. Ne, das ist natürlich schon eine komische Angabe, ist aber, glaube ich, wieder von, von den Amis übernommen, ne, und die haben ja ein anderes System wie wir, äh, deswegen vielleicht da wieder die, äh, runden Zahlen, oder komischen Zahlen, war beim Vorgänger, glaube ich, genauso. Nun, wenn ihr mit den Dingen arbeiten wollt, relativ simpel, erstmal hinten noch zum, zum, zum R-Card, ähm, das ist, äh, hier über die Taste N normal steuerbar, ne, ihr seht, das Ding fährt dann hier einmal aus, dann macht es einmal das Ganze hier oben auf, ne, da haben wir hinten Saatgut, und dann haben wir hier dementsprechend den Mineraldünger, und dann könnt ihr das Ganze hier mit einer nochmals Betätigung der Endtaste wieder zusammenklicken. Ansonsten, das Ding klappt sich hier vorne halt ganz sauber auf, zieht sich dann auch so ein bisschen voran. Ne, und 30 Meter müssen natürlich auch irgendwo hin, deswegen solltet ihr immer darauf achten, wenn ihr das Ding aufklappt, dass ihr genug Platz links und rechts habt. Das Ding ist eine Direktsatmaschine, das heißt, kein Gruppern oder, äh, Dings vorher notwendig, ansonsten kannst du die klassischen, äh, Teile zum Ansehen. Also Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Soja, Bohnen, Sorkum, Herse, Öl, Rätisch, Gras, das ist alles kein Problem. So, dann fahren wir jetzt einmal hier ran. Ne, ihr seht schon, der, selbst der Steiger hat hier ein bisschen damit zu kämpfen, ansonsten einmal die Taste V drücken, einmal B, und dann, äh, feuchtfröhlichen, äh, Spaß damit haben. Äh, wir müssen das ganze Ding natürlich in dem Falle hier auch dann noch, äh, mit, äh, senken, dass das auch so wird, wie es wird. Ich muss da bloß gerade erst mal hier halbwegs geraten, mit, äh, dazukommen. Dann muss ich mir das Ding hier einmal, äh, dementsprechend auch auswählen. So, dann geht das ganze einmal nach unten und dann let it go. Und ihr seht, das funktioniert soweit. Einmal die Direktsat, äh, kein Problem. Ihr seht, selbst die Geschwindigkeit müssen wir hier erst aufbauen. Also wir sind nicht sofort auf Highspeed hier mit drauf. Ihr seht aber, wir kommen jetzt hier auf die 18 kmh. Ja, langsam aber sicher. Also die Höchstgeschwindigkeit wird mit erreicht. Aber ihr braucht halt wirklich Leistung und Mass. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ca. 700 PS. Und wir kommen gerade so auf die 18 kmh. Weil wir müssen natürlich das R-Card hinten mit den 40.000 Litern auch noch mitschleppen. Sollte man ja auch nicht vergessen. Aber hier könnt ihr natürlich Meter damit machen, ne. Das, äh, das steht ganz außen vor. Und das ist natürlich, wenn ihr auf XXL-Karten unterwegs seid, auf der Wild West oder auf der NF-Marsch oder whatever. Da ist das natürlich, äh, Bombe. Obwohl die NF-Marsch könnte schon fast wieder ein bisschen zu klein sein. Aber, ne. Das ist dann ja euch überlassen. Da hat euch ja keiner reinzureden. Das ist ja eure individuelle Entscheidung. Ja, Top-Teil. Ähm, wie gesagt, aus dem Borg-Gold-DLC war das mit einer meiner Lieblingsmaschine hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich sie euch mal vor. Der Rest ist natürlich auch noch im Mod-Hub zu finden. Müsst ihr einmal gucken, ne. Joa, äh, ansonsten. Thema Lok ist sauber. Wir reden hier ca. von 55 MB. Das ist eine ganze Menge. Aber gut, dafür sieht es halt dementsprechend auch gut aus. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung, mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis denne, haut da rein. Tschüssi, Gowski. Tschü, tschü.